Dann können Sie einmal wieder nach vorne gehen, dann würde ich noch mit Ihn Kollegen betranken. Ah, warte, ich muss hier noch eine Rechnung ausstellen. Ja, ich will noch Geld für meinen Wurm haben. Ja, bei welcher Krankenkasse sind Sie denn? Dann sind Sie gar nicht krank, was ich habe. BKK-Bullett. BKK-Murskau. Ja, okay, mit Herrn BK, du Pater, schafft es ein bisschen selber bezahlen. Ja, ich schicke Ihnen das ein, ist locker. Die übernehmen auch Auslandsaufenthalt. 5.000! 5.000 Dollar, wie viel Rubel ist das gleich? Keine Ahnung, ich bin Arzt, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ja, und wo ist Geld für meinen Wurm? Little, Little Vladimir, mein Wurm. Ich habe dir vorhin Geld für ein Auto gegeben, gib dich zufrieden. Okay, vielen Dank. Passo, спасибо. Oh, ich gebe Ihnen nur einmal Wodka und dann sind Sie ruhig. Ja, wie du da liegst, Alter. Juhu! Wodka, gut. Oh, sehr lecker. Dankeschön. So, der andere hier. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ich bin USAler, keine Erkrankungen. Nur Vorfahren waren Mexikaner. Ah, okay. Auf jeden Fall sind sie haarig, wie ich gemerkt habe. Ist bei uns Mexikanern immer so. Das geht doch nicht weg. Das geht doch nicht weg. Das geht doch nicht weg. Nein. Nein. Aber warum hast du mich gefragt nach Penicillin vorher? Igor! Wir sind im selben Typ. Ja, okay, dann schreibe ich mir gleich mal auf. Igor, du Hund! Du Hund! Du Hund! Ha! Ha! Was mache ich mit dem, Alter? Wo ist der Hund? Der Hund? Der Hund? Ich gucke mal, ob hier ein After ein Hund ist. Nein, nix After gucken. Nein, 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 nein. Einmal aufmachen. Nein, 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 nein. Sie ver... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, ganz gut. Aber wer ist die Verfangensicht? Verfangensicht. Ja. Ja. So. Ah! Nicht so tief. Okay, das reicht. Da hab ich ja doch gesagt. Igor! Hol... Hol die Heckenschere, Igor! Raus! Raus aus ihm! Ziehen Sie mich raus! Igor, zieh ihn raus! Ich drücke! Oh, endlich! Danke, Igor! Was ist das? Blut an Ihrer Hand! Ähm... Keine... Keine Ahnung. Ich glaube, es sind infizierend. 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 Vielleicht sollten wir Arzt für Sie jetzt trollen. Ich bin Angst, ich hab ja Handschuhe an. Und Atemschutz! Oh, hab ich keinen Atemschutz an. Äh, was ist mit Arbeitssicherheit? Was ist das für eine Flatscreen? Kann man den kaufen für zuhause? Ja, ja, können Sie kaufen. Können Sie kaufen. Okay, ich gebe Ihnen 500 Dollar. Nein, 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 nein. Das ist ja... UHD mit Touch. Könnte antatschen. Okay, ich tatsche an und trage raus. Sie drehen kurz um und dann ist es weg. Wir haben beide nichts gesehen. Ich finde, dass sie Pole sind und kein Russe. Nicht. Ich drehe mich um. Ich gehe in die Ecke. Igor! Na, bin dir! Na, bin dir! Sind Sie fertig? Ich krieg nicht hoch. Ich bin zu schwach. Zu viel Wodka. Zu wenig Essen. Ah, ich helfe Ihnen kurz mal. So. Heben Sie mit an. So. So. Ah, jetzt haben wir an. Okay. Langsam. Was? Geh mal eins, Alter. Ah, Scheiße ist das schwer. Ist das echt raus, oder was? Ich stehe ihn erst mal hier ab und dann kann Ihr Kollege ihn ja gleich erst. Okay, da. Er wird mir helfen. So. Jesus, komm her, steh auf, du faules Sack. Ich muss dort einen Gesundheitscheck machen, Igor. Du bist hier um Arbeiten, nicht Urlaub machen. Ich muss Geld verdienen. Ich habe alles Geld ausgeschmissen und verbrannt. Ich werde jetzt erst nochmal Blut abnehmen und das untersuchen. Oh, Blut. Oh, Blut. Oh, Blut. Alter, die die Hose ausgezogen. Oh, wie viel Blut. Oh, wie viel Blut. Oh, Blut. Ja, bei Ihrem Kollegen habe ich auch schon gesagt. Mit der Nadel kann ich nicht umgehen. Ja, ich habe gesehen, Sie sind Praktikant und üben hier mit uns. Ist das überhaupt eine offizielle Mission, oder machen Sie nur irgendwelche Tests? Nein, das muss jeder Einwanderer durchstehen. Die Sache ist, im Moment bin ich noch Praktikant, weil ich war davor ein höherer, ich war davor schon Arzt. Aber das Problem ist, ich wurde, wie nennt man das? Dekradiert. Ich habe keine Ahnung was. Genau, ich wurde wegradiert. Genau. Was für nen Radierer? Ich wurde wegradiert. Ah. Sollten wir uns jetzt Sorgen machen? Sie gucken mal bitte auf den Bildschirm und gucken was da steht. Aber wenn der HIV positiv steht, dann sagen sie erstmal nichts. Wenn der negativ steht, dann sagen sie auch nichts. Ich muss den Kollegen Geld aus der Tasche ziehen doch. Hey. Ich krieg ihn mal an der Zeitenpflaster auf. Ich halte Hello Kitty. Aha. Haben Sie ja auch eins mit Tacos. Ich habe eins mit Taco-Geruch. Okay, geht auch. Okay, geht auch. Aber dann muss ich ihnen nochmal Blut abnehmen. Nein, nicht nochmal Blut abnehmen. Nein, nicht nochmal Blut abnehmen. Okay. Was steht denn da? H-I-V-I... Alles gut steht da. Ja positiv oder? Ja alles positiv. Nicht positiv. All Positiv. Nein 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 nein. H-I-V-I... Nooooiin. Was mache ich jetzt? Ich werde steppen! Zei haben die ganze Zeit ihre Hände in der Hose. Da krieg sie sie da dran. Aber die Anaconda muss gebändig werden. referencingём. Ah ja ja... Da bitte ich Sie, wir haben ja beim TMS unsere Rotlichtfahrten. Da könnt ihr gerne mal hingehen. Na. Das werdet ihr merken. Igor, hast du gehört? Was? Ich höre Polizei oder irgendwas. Ich glaube, die werden jetzt auf uns schießen. Ah. Ja. Sie können jetzt schon mal versuchen, den Fernseher alleine rauszutragen. Ihn Kollegen müssen hier Markus aufklären. Und der müsste dann noch mal zur Verhandlung hierbleiben. Nein, nicht zur Behandlung, hierbleiben. Müssen Sie leider. Außer Sie unterschreiben mir das hier auf meinem Rücken. Dürfen Sie einmal so aufstehen? Das wir dann, ja. Ich unterschreibe. Ja, bieteschön. Lager, bleiben Sie bitte hier, dann stelle ich noch die Rechnung aus. Hau einfach ab, hau einfach ab, Alter. Rede zu, du rennst schon einfach weg. Da steht voll traurig, da jetzt rennt er her. Was, diese Fernseher-Scheiße, schwer. Hallo, wollen Sie kaufen? Guten, guten Screen. Hallo, ich bin ein Busch. Wollen Sie kaufen, gute Fernseher? Ich kann Ihnen einen anbieten. Ich bin ein Busch. Alter, das ist gerade weggemacht. Ja, 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 ich brauche keinen. Busch. Okay, ich stelle ihn rein. Macht 5.000. Ich stelle ihn wieder rein. Hallo? Ja, okay. Hey, Officer. Alter, ich habe reingestellt. Kriege ich Geld jetzt. Ich kriege was zurück, warten Sie. Igor, hast du gehört? Ich kriege was zurück. Du, was? Ne, ich kriege jetzt was. Ich habe den Fernseher wieder reingestellt. Was ich nicht kaufen. So, ich habe Fernseher reingestellt. Geld einfach auf Bankkonto überweisen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Schönen Dankeschön. So, okay, wenn Sie nochmal Probleme haben mit Ihrem HIV, dann melden Sie sich einfach. Ja, ich melde mich bei Ihnen. Genau, vielen Dank, vielen Dank. Sehr schön, Dankeschön. Hast du jetzt Geld zurückbekommen? Ja, Mann, 5.000, äh, 9.000. Warum, Alter? Ich muss 5.000 sein. Vielleicht zur nächsten Station wäre nicht schlecht, wo wir hin müssen. Ich glaube, Jobcenter wäre. Igor braucht Job. Was? Der Russe bitte hinten. Der Russe bitte einmal aussteigen. Alter, will er mich komplett verarschen, Alter. Ich schätze ihn dazu, glaube ich. Dankeschön, endlich jemand, der USA dazu schätzen weiß. Yes. Mach mal, mach mal, ich verlau nicht. Alter, was ist das mit dem, Alter? Keine mutterste Praktika, Alter. Ich färb halt so einfach blau nicht rum. Äh, warten Sie kurz. Sie müssen, Sie müssen Ihre Stimmbänder mit dem, mit der Punkt- und Komma-Taste. Bis da steht Fahrzeugmuskel oder keine Ahnung was. Tut da, wenn er drauf ist, weiß ich nicht. Ah, ja, 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 ich höre. Ich höre es. In Harten. Warum genau wir haben Blaulichter? Ja, weil sie im Notfall sind. Igor, hast du gehört? Du hast was Besonderes. Du hast was Besonderes. Ja, endlich in meinem Leben, ich habe etwas erreicht. Alter, fährt auf der Gegend. Du hast was Besonderes. Alter. Du kannst auf Fahrerseite, Alter, ich kann nicht aussteigen. Alter, ich bin komplett... Alter. Lass mich wieder aussteigen. Alter, der hat gleich wieder abgeschlossen, der Gauner. Lass mal hier oben reingehen, dann können Sie schon anfangen zu arbeiten. So, vielen Dank für Sie. Wir melden uns bei Ihnen nach Ihrer Schicht. Nach Ihrer Schicht. Ja, ja, kann ich noch ein bisschen dauern. Baka. Wahrscheinlich bin ich erst morgen wieder da.